Hey Leute und herzlich willkommen zur Runde Xtip2 mit Natsdrami. Hey. Hey. So, ich muss mal sagen, ich dachte wir machen die Runde. So. Ne, das machen wir jetzt nicht. Nicht, oder? Nein. Ich hab jetzt keine Lust drauf. Mit dem Spiel vorankommen. So, wie immer dann, ne? Yes. Hör auf. So. Dankeschön. Müsst du plätten? Oh, Junge. Na los. Müsst du die Arsche. Ja. Ja. Ich glaub, Lüpfel ist für mich verabschieden. Ah. Einfach mal für dich und du lässt mich auch rüberlassen. Ja. Weiter geht's. Oh. 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 Pippi. Langstrumpf. Mal hier, einmal da, einmal da, einmal da, einmal hier, einmal hier. Oh, wunderbar. Wie geht schon mal. Ganz easy. ja du bist du ja da ist ja so du da ich was willst du machen ich gut so was musst du was muss da mal schwein maus ja maus 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 schwein schwein um bär so was ist doch das war mal die erste runde ich brauch frosch danke was hast du um ich brauche hund das ist zu spät gesagt nein ich hab ja ich hab ja nicht früher gesehen so also genau und löwe bin gestorben dein ernst jup ich bin zu schlecht nee okay so löwe das war zu früh runter dass ich plattet danke dazu so und löwe warte 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 löwe bist du behindert also manch so und dann haben wir scharf frosch löwe danke so das war's mal das das erste mit dem ich hab nur kuh ne ja so jetzt kommt mein kryptonit schaste springen das war so warum erst die scheude wie lasst du von dem das ist so bildet das volk erstens sehen ich nichts mehr wo ihr überhaupt springen muss er spricht nicht mal hoch kodi springt höher als mei was ist das für ein beschiss obwohl muss kreis drücken ja mach ich wie kreis nee vier weg nicht kreis nee kreis wieso denn kreis da mach ich arschbombe ja genau da springst du höher nee ich brauche springen hier bin ich höher willst du mich jetzt verarschen ja die scheidung ist schon sicher schon schon unterschrieben also zu einem volk kann ich nicht leben ich konnte das mit dem wiederum geschreut wenn wir videos machen immer deshalb jetzt kommt hatte ich gut fest schule ja klasse 6 plus was aua nee das war 8 6 plus 7 8 ich weiß nicht 8 9 mach du mal ach das war richtig 8 4 plus 4 gibt kein 4 doch hier steh doch drauf du depp ja ich kann von nicht draufstehen wie ach so äh sehr ne ja danke sieben sechs plus eins also eins plus sechs zwölf mal sechs und sieben haben hammer geil was machst du so neun sein drei vier pardon entschuldigung vier fünf plus ja 17 jungen sind wir winter anscheinend ja ich mach zwei du mach drei jungen 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 alt alter 5 plus 4 4 ist ja gut sieben normalerweise ne hä 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 jetzt war jedes mal für vier sterben muss man alles so von anfangen vier vier äh ne entschuldigung vier so jetzt so langsam sechs plus drei vier ah ja sechs ja es sind zehn ähm soll acht werden fünf plus drei fünf danke ich hasse das ich hasse das warum ich so auf zwei keine ahnung heute bin ich bisschen dämlich fünf plus vier ne das sind auch ne sechs plus drei geh auf sechs ich geh auf vier geh du auf eins fünf plus drei äh du auf zwei geht ja okay sieben bomben fangen wir an machen auf das war eine banane ich glaube die war unten hier ne oder hier ist die kirche okay mach wieder auf deine orange ah da war die kirche lol danke was war das überhaupt ah da ist die banane da bierne die orange war hier die war ne ne die war hier uff junge ach erbär oben oh junge war noch ein leben so wo sind wir zwei drei nach oben vier nach oben fünf nach unten sechs sieben acht neun zehn bis die zehn pass auf nicht dagegen kommen danke zwölf dreizehn vierzehn fünf das nach oben fünfzehn wo gehst du hin sechzehn sechzehn ja siebzehn achtzehn äh waren zu langsam es war schneller so auf drei vier fünf runter sechs wo gehst du wo gehst du na u sieben nach oben äh kannst du nicht zehn ne heute nicht auf zwölf dreizehn fünfzehn mal schneller du gehst schneller sechzehn ich kann einfach achtzehn neunzehn zwanzig 21 22 23 24 ist oben 25 27 so junge das ist das so gut wie 10 gewesen ach mensch so memory ähm kugel spiel oh don't tell me we have to play with every toy protest labyrinth games kugel äh fragen du die richtung nach dem her was sind zu mir kommen langsam 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 da schaffen wir sofort ja dass die andere war ein bisschen das ist zu leicht für uns gewesen dass wir gegen sie für uns bescheuert so und jetzt bleibst du mal auf deiner seite hallo jetzt gerade bleiben so was hast du nein ja ja wunderbar so dass die maus rennen nach vorne mit der maus muss schon langsam machen sonst kommt es auch nicht nein du kommst die stribe ohne misch das machst du nicht da ist meine katze schmeißt du mal raus so gehst du zuerst diesen rüber oder wo besorgen schlager grün ne ich muss zum grün ich begrüße bis geld so schlager schlager ich hab nix gedeckt weiter geht's so und nicht doch ich hasse nein so den hier war's ne ich glaube schon ja ich habe mir die stücke im kreis warum keine ahnung hier regist es nein das war glück das ist können ja ja das haben wir schon gesehen auch so zunehmend so nennt man es soll zu tage ich mag mal hier auf kannst du den anderen aufmachen zumachen glaube ich so ist erledigt ja mal sagen springen wir rüber so mal noch mehr das machen wir es nicht viel weiter kommt nein so war es hier noch irgendwas sehr wieder gut das machen wir weg ich will weiter kommen wir mit dem spiel ja gut dann mal abfahren ich will mal sagen uff das fahrer boing was ist das für ein lern bei dir alter tag nicht immer dasselbe wenn wir ein video machen wo ist der antwort hat ja aber sie kann nichts dafür es ist unser kind aber dann kann auch erst gleich reden warum meine kindheit besser ich dich später so ja so easy not so ist ja easy ich habe diese banana boing nicht anders so ich brauchte nie auf dich ja ja was machst du verdammtes loch so weiter gehts ich bin fast runter gefahren nicht schön da nach oben damit nicht du kannst nicht du kannst du kannst die teile du kannst die on der ist das ist gut für die leute die einen anfall haben ja hab ich auch gedacht ich hab auch gerade gedacht aber ok also kannst du auch sterben ok gut warum sterbe ich immer da bist du verarschen ich mach doch langsam tschau machs gut Junge ich bin da ich komm ich bin unterwegs das ist mein Kind fertig was na na was ist denn da du nöschst vor Ort den Gemütchen du nöschst vor Ort den Gemütchen du musst auf die ne geh rüber ja genau muss das sein gut ja und schweinend gleich kracht es ja ist das noch eine Illusion was ist noch real oh mein Gott wo muss ich schon fragt wo muss ich überhaupt hin oh Gott oh finally what is this place the heart and the land is coming let's look around hey fluchta hör auf damit ok ok na zu auf mit dem scheiß ja 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 du musst du runter kommen ne ich so ne ich habe Ruhe ne ciao ah scheiße wohin ich mir runter hat es nicht nachgedacht ne So, wo ist die Bühne Treppe, da? Du hattest deinen Spaß, komm, erst tafft auf mal. So, kommen wir nicht voran. So, geh auf das. Ich muss schon was sehen, ne? Ja, dreh die Kamera. Ich werde überhaupt den... So, jetzt haben wir es geschafft. Junge, 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 Junge. Was für eine Geburt. Können wir jetzt weg hier? Können wir auch die Scheiße hier. Raus da. Wenn wir morgen oder übermorgen das nächste Video machen, da ist wahrscheinlich mehr ruhig. Ähm, du meinst Dienstag, da? Aber dann Dienstagabends, weil ich bin Dienst... Ähm, von Montag auf Dienstag, äh, nicht zu Hause. Dienstagabend bin ich wieder da. Okay. Zuhause. Also Montag, bin ich nicht da. Gut. So, Speicher war ja da, ne? Ja, Speicher. So, Leute. In dem Video-Tag beenden wir die Folge und machen am Dienstagabend zweite Folge weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.